Musik Ich wollte meine Eltern entlasten, die den Betrieb geführt haben, von dem ganzen Druck, den ich gespürt habe, dass sie haben. Ich durfte von heute auf morgen über den Niederhof übernehmen. No, sorry! Auf einmal hat man Angestellte, auf einmal hat man Schulden. Wir müssen auch immer schauen, dass es Geld reicht, dass wir unsere Mitarbeiter auch zahlen können. Es ist sehr viel mit Angst, also mit Existenzängsten verbunden. Du hast immer Faktoren, die deine Arbeit beeinflussen, wo du nie sagen kannst, jetzt weiss ich, wie es geht, jetzt habe ich es im Griff. Es ist jedes Mal wie ein Hammer, oder? Aber ich bin die letzte, die eigentlich aufgeht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020